Wir schreiben acht verschiedene Varianten vom Grundflug, wo wir je nachdem mit unterschiedlichen Rüstern, folglängsten Reifen Rüstern, Flächern, die wir hier ausrüsten können. Alles gut ein, wir sollen gut eingestellt sein, also keine Sitte zu ergeben. Das ist der Bauerhaus heute Abend, heute Mittwochabend sehen. Wir sind schon 10 vor 7 Uhr, Pöttinger Vorführung. Heute Abend um 8 Uhr wollen wir einen neuen Grupper kaufen. Und jetzt haben wir die Wart genommen und noch schnell die Vorführung angeschaut. Drei Balkiger Pöttinger Grupper. Jetzt habe ich mich zur Erwerber gemacht. Wenn einer es abdreht kann, kann er das auch. Das geht wirklich sehr sehr rein. Ihr könnt da rein schauen, denn wir haben dort eine Feuerwehr am Hang. Ist das kein Problem? Also so haben wir nicht auf einer Seite gerückt. Jetzt noch ein Bier für den Bauer Aussie, Bratwurst hat er schon gegessen. So hat sie ausgesehen, die Bratwurst.